EOS in 60 Sekunden. EOS ist eine dezentralisierte Computing-Plattform, die übliche Abkürzung für EOS ist EOS und den EOS-Token gibt es seit dem Jahr 2017. Was ist das Besondere an EOS? EOS will eine Art Betriebssystem auf Blockchain-Basis bauen. Dabei will EOS nach eigenen Angaben einen Schritt weiter gehen als zum Beispiel Ethereum, indem es auch Grundfunktionen eines Betriebssystems, wie zum Beispiel Nutzeraccounts, Datenbankverwaltung oder Authentifizierungsroutinen fest in die Plattform integriert. Solche Dinge müssen bei Ethereum aktuell immer noch selbst programmiert werden und EOS will das eben alles schon mitliefern. Dieses EOS-Betriebssystem wird aktuell von Block.one entwickelt und soll am Ende als Open-Source veröffentlicht werden. Block.one selber will aber keine Blockchain betreiben. Der EOS-Token, den man aktuell kaufen kann, ist tatsächlich daher auch nur in Anführungszeichen ein Token auf der Ethereum-Blockchain. Ob dieser Token am Ende tatsächlich in die eigentliche Blockchain übernommen wird, das steht noch gar nicht fest. Auf diesen Token beziehen sich jetzt auch die technischen Daten. Am Ende soll es davon eine Milliarde geben. Block-Zeit und Hashing-Algorithmus sind aber dann natürlich identisch zum Ethereum-Netzwerk. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war EOS in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und teilt es mit euren Freunden, die sich für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.